Heute zur Stelle und die Zeitschrift Fit4Fun hat ein Umfrageergebnis veröffentlicht und zwar Jede dritte Frau in Deutschland träumt von einem Sexerlebnis mit einer anderen Frau. Genau wie wir Männer. Wie nennt man das, wenn eine Frau sagt, ich träume von Sex mit einer anderen Frau? Ich glaube, Lippenbekenntnis, oder? Nein, man muss sich umstellen. Ich wusste das bisher nicht. Jede dritte deutsche Frau, ist doch wirklich wahr, Frauen über 55 träumen übrigens, davon beim Sex hart rangenommen zu werden, hinterher beschimpft und missachtet zu werden und dass dann der Sexpartner sagt, tschüss und passen Sie gut auf sich auf. Frauen lieben Sex mit anderen Frauen. Ich finde es toll. Warum nicht? Ist doch toll, wenn die Frauen sich lieben, während wir Männer ran gucken. Dann, unsere Bundesregierung, alle kennen unsere Bundesregierung? Ja, unsere fantastische Bundesregierung, die sich keinen Urlaub gönnt, hat jetzt etwas beschlossen und zwar Mautgebühr, Autobahngebühr für LKWs. Zwischen 27 und 37 Pfennig pro Kilometer. Autobahngebühr, oder wie wir sagen, Premiere World für Trucker. Die NASA. Wisst ihr alle, was die NASA ist? Schön. Alle wissen, alle wissen, was die NASA ist. Und zwar, man hätte es nicht für möglich gehalten. Die NASA hat Nachwuchsprobleme. Es gibt nicht mehr genügend junge Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte mich ins All schießen lassen. Und jetzt hat die NASA gesagt, wir brauchen eine Boy Group, die Werbung für uns macht. Eigentlich wäre Michael Jackson geeigneter für den Job, oder? Weil er zu 80 Prozent aus Material besteht, das von der NASA entwickelt wurde. Aber. Aber. Natürlich sind Boy Groups besser. Denn Boy Group Mitglieder leiden nicht darunter, wenn sie wochenlang von Frauen weg sind. Okay, der nächste Witz verschlüsselt. Ich kann mir das merken. Zur Strafe ab nächste Woche die Sendung um 20.15 Uhr. Schädelfunde beweisen jetzt Indianer, stammen von wem ab? Von den Japanern. Vor 15.000 Jahren haben die Japaner rüber gemacht, nach USA. Und daher kommen die Indianer. Abstammen von den Japanern. Kein Wunder, dass die Indianer saufen. Ja. Malch, halt! Rauche ich nicht, stört mich. Der neue Karl-Mai-Roman, Halbblut-Mitsubishi. Meine Gäste heute Abend, meine Damen und Herren. Zwar außergewöhnlich gut aussehende Frauen. Der erste Gast sorgt zur Zeit für Furore in einem Audi-Spot, dem Audi-Spot mit dem Wackel-Elbe. Sie kennen sie alle aus Filmen wie der Eisbär oder aus Tatort, Polizeiruf 110 und so weiter. Heute Abend zum ersten Mal bei uns Carina Kravchick. Ja. Und mein zweiter Gast heute Abend zum zweiten Mal bei uns. Vor fünf Jahren zum ersten Mal bei uns. Stardust noch mit den Spice Girls. Ihr letzter Megahit hieß It's Raining Man. Und die aktuelle Single heißt Scream If You Wanna Go Faster. Scream If You Wanna Go Faster. To Deutsch. Sag Bescheid, wenn du es brauchst. Heute Abend bei uns Jerry Halliwell. Mein Monitor ist kaputt, oder? Ist er kaputt oder ist er nicht eingeschaltet? Ja, ist bestimmt nicht eingeschaltet. Oder ist es verschlüsselt, mein Monitor? Haben wir die Gebühr nicht? Ist er kaputt? Ja, Susanna macht ihn jetzt an. Susanna macht den Monitor an. Jetzt! Fantastisch! Jetzt kann ich mich sehen. Ich kann nämlich hier alles kontrollieren, meine Damen und Herren. Wir sind auf diesem Monitor. Schauen Sie, oben ist die Zeit. 37 Minuten und 14 Sekunden bis zum nächsten Pils. Nein, Alkohol bei uns im Dienst kein Thema. Und außerhalb des Dienstes sehr reduziert. Ich sag das, weil wir jetzt Popcom haben in Köln und natürlich sehr viele Drogen. Missbrauch leider stattfindet unter einem Teil der 6 Milliarden Zuschauer. Wie viele Leute sind bei der Popcom? Drei Millionen. Drei Millionen hier bei uns im Köln auf dem Ring. Und du warst auch schon mal bei der Popcom? Ja, also bei diesem Ringfest heißt das, die Popcom ist ja eine Musikmesse und parallel ist das Ringfest mit viel Saufen und Musik. Wirklich? Viel Saufen und Musik mehr ist es nicht? Ne. Ist es nicht gut? Ne. Ist es grässlich? Ja. Ist es ekelerregend? Ja. Ist es widerlich? Ja. Aber wir würden das alles nicht sagen, denn die Musikindustrie arbeitet eng mit uns zusammen. Es ist toll. Nein, das ist auch nicht so. Das war jetzt überspitzt dargestellt. Es ist was nicht mehr für unser Alter. Es ist was für junge Menschen, für Menschen, die Live-Musik lieben. Auf diesen vielen Bühnen und denen es im Grunde wurscht ist, wer mit Pudelnutze auf dem Kopf hat. Oder haben diese Bands auch Namen? Ja, es gibt eine Band, die heißt Band ohne Namen. Welche Richtung ist das? Nein, Echt spielt da und das sind... Echt? Ja. Habe ich heute Morgen im Radio gehört, noch mit Ihrem einzigen, aber mit Ihrem letzten großen Hit. Sag mal, weinst du oder ist es... Die Tränen. Die Nase läuft da. Heute Morgen im Radio. Aber es ist nicht mehr meine Welt. Sie wissen es, meine Damen und Herren. Meine Welt ist die des bürgerlichen, normalen Familienlebens. Steuern zahlen, Rasen mähen, ab und zu mal das Auto waschen und hier nur wieder mal, ich verklag dich zum Nachbarn, wenn der Baum rüberwächst. Ja, das ist eine Phase, ich glaube, dass die meisten Zuschauer so leben. Und auch im Grunde davon träumen. Und Sonntagmorgens zum Beispiel sitze ich zu Hause und habe nur eine Entscheidung zu treffen. Schaue ich ZDF Fernsehgarten im ZDF oder schaue ich immer wieder sonntags mit meinem Freund und Kollegen Max Schautzer in der ARD. Zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Völlig unterschiedliche Produkte für die auch geworben. Also die haben ja keine Werbung in diesen Dings. Da kommt halt ab und zu mal ein Auto reingefahren, Mercedes, und bleibt dann eine halbe Stunde stehen, weil irgendwas um diesen Mercedes rum erklärt werden muss. Ja, wir haben dafür ja Werbeblöcke, in denen früher auch Mercedes reingefahren kam. Jetzt werden Platten hochgehalten. Und da sehe ich Max Schautzer und muss wirklich sagen, ich habe ihn in einer Facette seines, glaube ich, 30-jährigen Entertainment-Schaften mittlerweile erlebt, in der ich ihn noch nicht gesehen habe. Der Slapstick. Zweifelsohne eine der großartigsten Stilrichtungen der Körperkomik. Mit akrobatischer Finesse vorgetragene ewig junge Tölpelhaftigkeiten zum Piepen und Schmunzeln. In der Tradition von Chaplin und Konsorten macht jetzt ein Mann weiter, den man so nicht auf der Rechnung haben konnte. Max Schautzer, der nette, kleinwüchsige Zwinkerfax der ARD. Seine Sendung immer wieder sonntags ist an sich schon unfassbar. Unterhaltsam. Aber was Maxl neben prima frisiert rumstehen und ansagen oder prima frisiert rumsitzen und ansagen noch so drauf hat, hält man nicht für möglich. Als Komödiant in kleinen Sketchen und Possen erreicht er mühelos die Klasse eines Chaplin oder Buster Keaton. Sehen Sie selbst. Ich wundere mich gar nicht, wenn das hier überhaupt nichts wert, Theater. Herr Schautzer, am besten Sie moderieren da jetzt weiter. Ich kann Sie da jetzt sowieso überhaupt gar nicht gebrauchen. Sehen Sie so gut, ich gehe da jetzt sowieso mal ganz anderen Wegen. Sie können ja noch gucken, was da dabei rauskommt. Ja, kleinen Moment, wo geht es denn hier weiter, meine Damen und Herren? Ach, hier liebe Kollegen, da drüben. Unfassbar, atemberaubend, nochmal. Ich wundere mich gar nicht, wenn das hier überhaupt nichts wert, Theater. Herr Schautzer, am besten Sie moderieren da jetzt weiter. Achten Sie auf Schautzers enorme Gelassenheit in der Vorbereitung, obwohl er weiß, dass gleich alles von ihm abhängt, alles stimmen muss. Überhaupt gar nicht gebrauchen. Sind Sie so gut? Ich gehe da jetzt so. Jetzt. Der Kollege hat sich gebückt. Schautzer ahnt, dass er was tun muss. Die furiose Choreografie kann beginnen. Wieso? Mal ganz anderen Wegen. Sie können ja noch gucken, was da dabei rauskommt. Ja, kleinen Moment. Wo geht es denn hier weiter, meine Damen und Herren? Dann der Höhepunkt. Geschmeidige Drehung. Der scheinbar unbeabsichtigte Schlag. Fantastisch. Die Leute haben gelacht, bis der Arzt kam. Ja, Max, das war perfekt. Du bist ein echter Funny Bone. Danke, mehr davon. Immer wieder sonntags in der ARD. Jerry Halliwell. Scream if you wanna go faster. CD und Single. Und ich sage es an dieser Stelle immer wieder, meine Damen und Herren, Sie wissen es, ich bin der große Befürworter der Aktion Urlaub in Deutschland. Du weißt das. Gut, ich war jetzt im Urlaub in Portugal, ja. Ja, aber die anderen Urlaube des Jahres verbringe ich in Deutschland. Nordsee-Inseln, Juist, Wolkum, Spikeroog, Wangeroog, Sylt. Ich komme kaum noch runter von diesen Inseln. Schwarzwald, Harz, wo man überall wandern kann. Mit einem Lied auf den Lippen bin ich dort anzutreffen. Und ich habe jetzt einen Bericht gelesen. Und zwar, die Tourismusindustrie sagt im Grunde, es ist wichtig als Urlaubsort ein Markenzeichen zu haben, wie zum Beispiel der Eiffelturm in Paris. Es ist schlecht, zu vieles zu haben. Wellness, Sport, Golf, Event und so weiter. Das klingt nach Ramsch und das macht das Bild nicht klar für die Leute. Und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel Landstriche, wo ich gerne Urlaub mache, die das nicht nötig haben. Bayern. Ja, ich könnte das mal zeigen. Hier zum Beispiel, das ist ein typisches, urwüchsiges, bayerisches Haus. Stilecht. Wie nennt man das da oben rund um die Fenster? Das ist, glaube ich, Lüftelmalerei. Oh, das weiß ich nicht. Ja, ist das Lüftelmalerei? Ja, es ist Lüftelmalerei. Ja, grüerst die, sagen da auch viele Menschen, die aus Berlin dort hingezogen sind. Und das ist so ein Haus, wie man es findet in der Umgebung der oberbayerischen Seen. Tegernsee, Starnbergesee, Chiemsee. Sehr viele Menschen zum Beispiel wohnen da, die so Trachten-Design tragen. Also Trachten-Yanker mit Hirschklöpfen, ja. Aber vom Designer, dazu vielleicht eine gelbe Leinenhose. Männer über 65 und es sind sehr viele Schauspieler und so weiter, die sagen, früher mal Kokain genommen, jetzt wieder Alkohol. Weg mit diesem Teufelszeug. Ich kann die Jugend nur, nur warnen. Ja, alles, was ist in Segeberg, nicht mehr aus Pferdschaft, wohnt dort. In diesen Häusern. Wir leben die. Und, und das Tolle ist, das ist, in diesen Orten tragen Frauen auch Körbe, Basskörbe mit grünem Kunststoffausschlag. Da haben sie frisches Gemüse drin und sagen, grüerst die, seid's auch wieder mal herund. Weil viele natürlich nur am Wochenende da wohnen und sonst irgendwo in, weiß nicht, Oldenburg oder so arbeiten, aber ein Haus direkt am See haben, 48 Stunden runterfahren mit dem Auto, ein Wochenende dort verbringen und mittags um vier wieder aufbrechen, um wieder businessmäßig drauf zu sein. Grüß euch, seid's auch wieder mal herund. Seid's am Wochenende auch beim Fest draust. Ja, so spricht man da. Nicht die Eingeworenen, die wohnen ja mittlerweile in München, sondern die Zuaggroßen. Und das Schöne ist, schau dir dieses Haus an. Ich selber habe mir überlegt, ob ich so ein Haus mal kaufen soll. Echt? Ja, oder bauen oder renovieren. Weil schau, hier oben diese Lüftlmalerei. Hier, man muss ja sagen, dass die Leute, die da noch drin wohnen, die haben ja schon längst keine Original-Einrichtung mehr. Die haben sich modisch eingerichtet. Sie haben noch irgendwie ein verstaubtes Zimmer, wo dann die Touris aus dem Pott oder so was drin wohnen. Weil man sagt, also die wollen dieses Ursprüngliche. Und unten, und das ist ein Zeichen für den Verfall der Kultur in unseren Regionen, was haben wir unten drin? Müller. Drogeriemarkt. Nichts gegen Drogeriemarkt Müller, ein fantastischer Drogeriemarkt. Genau wie Schlecker. Ja. Oder... Cody. Cody! Ist doch kein Drogeriemarkt. Äh, nee, Quatsch. Ist halt fein. DM. KD-Markt, wollte ich sagen. KD-Markt. DM heißt nämlich Drogeriemarkt Müller. Ja. Weißt du? Ach echt? Ja, das ist ja verständlich. So, und dann sagt man, geht man einmal ums Haus rum und da sieht man, es ist ja schön, Sie haben ja die Seite, die von der Straße aus nicht zu sehen ist, richtig gepflastert. Hier hinten, da sehen Sie es richtig. So. Das ist aber unten drin, weil die Leute sonst die Miete nicht mehr bezahlen könnten. Oder Grundstücke ringsum hätten verkaufen müssen. Das ist also so ein Gebiet, wo ich sage, da lohnt sich der Urlaub, da erholt man sich, man trifft viele Leute, die man im Fernsehen lange nicht mehr gesehen hat. Und es ist urwüchsig. Und das Schöne ist, bei diesen Kneipen, es gibt immer um die Ecke einen Spielplatz. Das ist eigentlich der Spielplatz, wie für mich, Ideales. Schauen Sie, kennen Sie solche Spielplätze? Das sind Spielplätze, die nicht einfach herzloses Metallgestänge oder Plastikspielzeug haben. Nein. Hier wurde zum Beispiel, hier um den Brunnen rum, wo haben wir ihn? Ah nee, der ist gar nicht hier. Das ist auch der andere. Da ist ja immer der, hier, das ist das Haus, was ich meine. Das ist kein Brunnen, das ist das Haus hier. Und dieses Haus, was ist das Schönste für junge Eltern, wenn sie an dieses Haus rankommen? Der Gestank nach alten Windeln? Nein. Wenn keine gebrauchten Spritzen drin liegen. Ja, guck mal. Hier wird aufgepasst. Eine Kletterstange aus Holz hier. Sehr gut. Sehr schön. Das ist erfahrungsgemäß so, dass die Kinder ungefähr nach der vierten Sprosse halb durchrutschen. Und dann ist diese Glaubensfrage natürlich als Eltern. Hilft man oder hilft man nicht? Du wirst nicht helfen. Nein, nicht helfen. Du wirst ein Kind mit blau geschwollenen Kopf da drin hängen lassen. Naja, die sind ja nicht da. Du wirst sagen, kletter weiter, du Loser. Dich muss der Staat nicht auch noch durchbringen, du Versager. Die müssen halt ihre Erfahrungen machen. Aber wenn die Kinder drin hängen, die Nachbarn gucken ja auch. Was mir auffällt, auf diesem Spielplatz gibt es keine Rutsche. Ja, auf Holzspielplätzen gab es nie eine Rutsche. Das waren nur in den 50er Jahren Spielplätze. Da gab es aber die ganz gefährlichen Rutschen, wo man viel zu schnell unten ankam. Ich kenne auch Holzspielplätze, wo es Metallrutschen gibt. Echt? Ja, ich habe meinen Lieblingssatz gehört auf einem Spielplatz überhaupt. Die Mutter steht unten, eine berufstätige Mutter, eine Frau, die alles unter einen Hut bringt. Verstehst du? Job, Kinder, Studium, alles. Mutter steht unten in so Designerhosen, die so am Knöchel so aufgeschlitzt sind und mit so flachen Schuhen, so Tots ist das, glaube ich. Schleife im Haar und die Mutter rief hoch auf die Rutsche, chill, mach die Beine zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich hier auf Spielplätze gehe. Chill, mach die Beine zusammen. Weil chill saß breitbeinig oben, wie sie es halt zu Hause sieht. Und, 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 und schnapp mich aus der Rutschbahn raus. Ja? Moitie! Moitie! Chill, mach die Beine zusammen. Moitie! Und sie hingen in so weißen Strumpfhosen mit blauen Lackschuhen vorne dran, mit so einer Samtschleife. Das Kind, weißt du, das Kind kann ja nicht. Hast du das auch schon festgestellt, dass man ja in solche Aggressionen gegen Kinder reinkommt, die nichts dafür können? Nein. Hast du Aggressionen gegen Kinder? Du hast nie gesagt, dieser verdammte Scheißpanz, wenn so ein Kind aufsässig wurde auf dem Flughafen oder so, und dann aber eine andere Stimme zu dir, das Kind kann nichts dafür, das ist die Mutter? Oder sind die älter? Das hast du nie erlebt? Ja, manchmal. Warum? Weil du nie auf einem Flughafen warst? Oder weil du das Gefühl nicht warst? Ja, ich war schon auf dem Flughafen. Du kennst dieses Gefühl nicht? Doch. Du willst es nicht zugeben. Gib es doch zu. Das ist ein so schöner Spielplatz. Hier, das ist was ganz Tolles. Das hier. Das ist ein Grill. So eine Grillstelle ist natürlich was ganz Feines. Und da ist doch der Brunnen, den ich meine. Hier ist er doch. Das ist es doch. Schau mal. In so einem Brunnen, können wir den sehen? So, hier. Da sind eigentlich nie Wanderer drin, sondern es liegen immer so angesittelt, schifte bürgerliche Punks drin. Die noch zu Hause wohnen, die nachts an der roten Ampel warten, die eine Karte haben für den Geldautomaten. Und einen Ring hier drin, den die Mutter erlaubt hat. Und die liegen da drin, in Klamotten und machen irgendwie Hey, Baby! In diesem Brunnen. Und hier, hier setzt man sich hin für, was macht man hier? Vesper. Was? Vesper. Das sagt ja jeden Tag. Vesper. Das ist, was? Vesper. Du sagst Vesper? Ja, du kommst ja von da unten, aber da sagt man doch Vesper, oder? Ja, oder? Was heißt hier, du kommst von da unten? Ja, warte, warte. Vesper. 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 Vesper, ja. Aus dem süddeutschen Raum kommst du. Wieso? Die Frau muss doch wissen, ob du den Roller oder das Essen haben willst. Das ist richtig, ja. Die Vesper, ja. Herr Ander nimmt eine Vesper zu sich. Oh, da ist eine Wespe über dem Vesper. Das möchte ich auch nicht mehr sehen, in keinem Sommer mehr. Ich möchte nicht mehr das hier sehen. Ja, bei keinem Kuchen, bei keinem Pflaumenkuchen, nichts, ja. Der Fall, dass eine Wespe in die Fanta reinkriegt, ist eins zu sechs Milliarden Mal. Er möchte es nicht mehr. Und hier wird das Vesper eingenommen. Und das Tolle ist, diese Stühle sind natürlich montiert, genau wie der Tisch. Und zwar in einem Abstand, dass man nicht ans Vesper kommt. Kein Mensch. Ich habe natürlich immer ein rot-weiß kariertes Tuch dabei, um das hier abzudecken. Und die Eierschalen kommen bei mir zurück in die leeren Plastikbehälter. Und werden zu Hause sauber getrennt. Haben wir noch die Zeit für das hier? Ja, das ist was ganz Neues. Wenn Sie also sich durch eine Wespe gestärkt haben, den Mund abgetupft, dann geht es wandern auf den Rotzenbiegel oder auf den Kotzenkofel oder wohin auch immer. Und dort erwartet Sie ein Musterbild an Dienstleistungsbewusstsein als Wirtin in diesem Gasthof. Und das ist das Tolle. Du siehst, das ist ein 50 Jahre Haus mit so einer Betrügertür, wo angeblich die Schwiegermutter wohnt im Keller, weißt du, um den Staat zu betrügen, um Steuern zu sparen. Hier unten, hier hinten sind so die Türen schnell herangenagelt. Da geht nie einer rein. Das ist nur für das Finanzamt. Hier, hier. Hier hinten irgendwie. Man sieht es kaum. Da kommt dann einfach der Umweltschutzer und sagt, die Bäume müssen weg. Diese Tür ist betrug. Das war der letzte Sturm. Das ist die nächste Möglichkeit, die Versicherung zu betrügen. Die hat uns der Sturm rausgekriegen. Da ist mein Schwark auf der Rekoderfalle, wo er ihn halt rein tragen will. Das Entscheidende ist aber das hier. Hier draußen wird bedient, geht das Gerücht. Es hängen Schilder dran, wie größte Bockwurst am Rhein oder so. Und man sitzt da drin und es sitzt meistens so eine Familie, die eins ist vollkommen durchgefroren. Und ich habe festgestellt, es gibt verschiedene Art von Regenspaziergängern. Es gibt die Leute, die sozusagen im Regen spazieren gehen und wissen, dass es ab und zu mal regnet und die perfekt ausgerüstet sind mit so einer gewissen Lockerheit. Und dann gibt es diese Frustregenspaziergänger, die so irgendwie aus dem DM-Markt so eine Regenhaube sich noch schnell gekauft haben, das so reingezogen und aber eigentlich im Grunde nur so hasserfüllt in die Schaufenster gucken, weil sie sagen, schon wieder ein Tag im Urlaub, den es uns verregnet hat. Und diese Frustspaziergänger haben immer eine fröstelnde 15-jährige Tochter dabei, die hasserfüllt, zehn Schritte hinter den Eltern geht und so die Hände in den Pulli zieht. So geht der Hass. So geht der Hass in diesem Alter. Und zwar, und die sitzen da drin, hinten in der Ecke, in der hintersen Ecke, wo garantiert keiner kommt und das heißt, es sitzen Vater, die Tochter, die 15-Jährige, der elfjährige Sohn, bei dem auch schon die Hormone ein bisschen so verrückt spielen, der ist eigentlich noch von der Mutter angezogen, hat aber schon so ein bisschen so Geldstacheln sich aus dem Kopf rausgezogen. Ist noch zu Weichei, um schlechte Laune zu haben und die Mutter steht noch vorne und guckt auf der Speisekarte, was es kostet. Und dann kommt die Bedienung raus und sagt, wir haben schon Feierabend. Wir haben ja Hauptruhetag. Wir hassen Gäste. Sie können Glück haben, dass wir nicht auf sie geschossen haben. Verpisst euch. Leckt uns am Arsch, ihr Gesindel. Und das ist übrigens noch ein Stichwort. Wo hatten wir das? Wir hatten noch so, ach so, das hier. Das ist ganz wichtig. Schauen Sie, bei so Open-Air-Fests und auch bei der Popcorn zum Beispiel ist das ganz wichtig. dieses Toilettenhäuschen, das meistens hier steht, wo theoretisch gesehen jemand hingeht, um Wasser zu lassen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der auf ein Toilettenhäuschen geht? Ich war zuletzt in Venedig auf einem Jahr. Auf einem Toilettenhäuschen in Venedig? Ja, wenn es dann keine anderen Klos gibt, soll ich es irgendwie an die Wand schiffen? Das meinte ich. Ich habe noch nie einen gesehen, der in so einem... Diese Dinger sind doch immer unglaublich versifft. Ja, ja, aber was willst du denn machen? Normalerweise kommt man hier, also in Nürtingen zum Beispiel war es so, man kommt hier hinten vor, macht sich im Idealfall noch die Hose zu, das hängt davon ab, wie viel man schon getrunken hat, und sagt allen, die hier entgegenkommen, ohn, Korschau-Brunze. Aber niemand geht in dieses Toilettenhäuschen rein. Du warst in Venedig in einem Toilettenhaus? Ja, ja. Wo stehen die denn da? Die standen da halt auf der Biennale und man konnte echt... Bist du sicher, dass es keine Installation war? Nein. Das kannst du ja nicht wissen. Packst da aus. Millionen Schäden. Hier. Das zeige ich noch, weil das wird das Bastlerherz zu Hause höher schlagen lassen. Was ist das hier? Ein Tanzcafé. Jetzt weiß ich, dass viele zu Hause sagen, gibt es doch nicht mehr. Man hat eine Disco und ansonsten gibt es doch nicht mehr. Falsch. Fahren Sie mal zum Beispiel nach Bad Neuenahr, Ahrweiler. Tanzcafé, da fährt man hin, ich zum Beispiel fahre da zum Seniorentanz am Sonntagnachmittag und fahren Sie ruhig mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann, da wird ja was getan. Hier, das ist nicht ganz realistisch, weil es steht ja irgendwie nicht drin Fuck oder so gesprayt. Ihr habt noch nie so ein Häuschen gesehen, was nicht irgendwie verziert ist. Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Hier drin sind Menschen. Auch das ist in Bad Neuenahr möglich. Auf Wunsch wird auch in Bad Neuenahr das Dach aufgemacht, damit Sie oben von der Burg runter besser sehen können. Und diese Menschen können tanzen. Und ich zeige Ihnen das mal, ich zeige Ihnen das mal mithilfe dieses Trafos. Und weißt du, was mit diesem Trafo, was der absolute Wahnsinn ist? Ich sage das mal, ein Märklin-Trafo. Du hattest ihn früher. Ich hatte ihn. Und nicht nur das. Weihnachten 1965 ist mir Heiligabend, hier, zeige es bitte, dieser Trafo, das ist jetzt nicht meiner von damals, aber es ist genau derselbe Trafo. Ein Märklin-Trafo. Gibt es noch Konkurrenzfirmen zu Märklin? Arnold Fleischmann, ja. Aber eigentlich ist Märklin, wir können es nicht sagen, weil, juristisch, aber, ich darf sagen, ich hatte eine Märklin-Eisenbahn. Echt? Ja. Ich hatte eine Arnold-Eisenbahn. Was ist eigentlich eine Arnold-Eisenbahn? Arnold, Spur N. Das ist ein anderes Thema jetzt. Aber das ist, bei Märklin nervt doch diese Mittelspur. Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Da ist doch diese Stromabnehmer-Spur bei Märklin in der Mitte. Und bei Arnold? Bei Arnold? Arnold, pff, nichts. Du hattest eine Eisenbahn ohne Strom? Nein. Unter deiner Märklin-Lok waren Stromabnehmer in der Mitte. Ja. Und bei den anderen Loks, bei Fleischmann und Arnold und so weiter, funktioniert, oder Rocco, ist auch irgendwie ein Hersteller aus der Ex-DDR, da fließt es aus der einen Schiene raus in die andere Schiene rein. Ja. Mir ist so ein Trafo, so ein altmullischer Märklin-Trafo. Ja? Auf den Finger gefallen. Hier, hier sieht man noch die Narbe. Hier. 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 Ja. Ja. Das hat geblutet, das gibt es überhaupt nicht. Das hat so geblutet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieser Trafo. Und da muss ich wie ein Geschirrtuch rumwickeln, um die Blutung zu stellen. Damals gab es ja keine Medikamente, kein Pflaster, nichts. Und da saß ich mit so, mit so einem großen Geschirrtuch rum. Und jetzt schauen Sie, wenn ich hier den Trafo aufdrehe, jetzt fangen die Leute an zu tanzen. Ja, schon süß, oder? Mein erster Gast ist heute Abend zum ersten Mal bei uns. Heute startet auch ein neuer Kinofilm mit ihr.